Hallo ihr Quirlinge! Ja, bevor es in der letzten Episode an diesen Schweinsgalopp hierher ging, Merit schlafen lassen. Er hatte nämlich plötzlich Schlafbedarf und ich habe ihn zwölf Stunden schlafen lassen und zwölf Stunden seine Ausrüstung repariert. Das erzähle ich nur, damit ihr euch nicht wundert, warum ich hier keine Probleme mit kaputten Sachen habe und warum Merit nicht irgendwann mal müde wird. Er ist müde geworden, aber ich muss euch im letzten Jahr nicht zeigen, wie Merit schlafen geht und wie er seine Ausrüstung gewinert. Vor allen Dingen dann nicht, wenn ich eh gerade dabei bin, das alles rauszuschneiden wegen stumpfer normaler Vorbereitung der nächsten Tour. So, und an die nächste Tour soll es gehen. Ich würde mir jetzt hier gerne nochmal dieses Tal angucken und hier dann durch und dann hier hoch und mal in den Garten und dann darüber zum Klingel der Winde. Das ist so grob das, was ich vorhabe, was aber jederzeit gestört werden kann durch irgendwelche Entdeckungen, Gegner, Unglücke oder sonst irgendwas. Schauen wir mal. Ansonsten, das Gepäck ist gerade relativ leicht. Naja, 88,8. Das ist leicht. Das könnte schlimmer sein. Das war auch schon schlimmer. Das wird auch bald wieder schlimmer sein. Ähm, es steigt die Temperatur, aber wir haben es jetzt schon 20 Uhr. Ich pokere jetzt mal, dass das alles schon nicht so schlimm werden wird. Mach mal das da und das da. Und das da! Mensch, da war er schon da! Darf ich mal mitspielen? Hier bei unserer Party? Guck mal, ich kann auch angreifen, du dummer, fliegender Fisch! Ja. Beuch links, sag ich nur. Was hat denn der für einen Debuff mir gegeben? Was ist denn das? Elementare Verwundbarkeit. Das ist ja übel. Kriege ich das weg durch einen Pilzläuterer? Ah, das macht ja nur Gift und Krankheit. Das sollte das nicht wegtun. Tut's auch nicht. Da bräuchte ich einen Fluchreiniger. Habe ich sowas überhaupt? Probier mal den Fluchreiniger. Der wirkt auch nicht. Was wirkt denn gegen dieses Zeug? Ich bin der Meinung, ich wüsste, was dagegen wirkt, aber ich komme nicht drauf. Na, ist egal. So, das ist nur Kulisse. Wir gehen mal weiter hier. Merit, hast du Sand im Schuh? Sag mal. Knirscht's zwischen den Zähnen. Da kann man schlafen, was ich aber nicht vorhabe. Die Nacht ist der Wüste viel zu kostbar, um hier sie mit irgendwelchen Schlafattacken zu vertändeln. Zumal Merit frisch dem Bette entstiegen ist, wie ich erzählt habe. Alarm für Edelscheine? Ne. Bäh. Hakenstecker. Und Koffer. Boah. Ne. Komm, lass alles liegen. Jetzt müsste ich ja hier schon fast wieder diesem alten Hafenbecken sein, wo die Schiffswracks liegen. Da vorne funzt jetzt schon ein Hai. Trink was. Oh, hier kann man rechts hoch, irgendwie. Erstmal wird der hier geschreddert. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 und weg. Kucksack. Licht. Ressourcen. Und hier nochmal. So, wir sind jetzt ja, da ist die Brücke. Ach hier, das ist dieser, hier geht es irgendwie hoch. Warte mal. Das hier oben, der helle Punkt, das könnte ein Dungeon-Eingang sein. Ach, das ist die Stelle, wo wir den Speer gefunden haben, in der letzten Episode. Wo ich hätte runterstürzen und springen können. Dann wäre ich hier rausgekommen. Aha. Und Merels Temperatur steigt immer noch. Salz. Salz ohne Käfer. Da liegt einer. Oh. Kann man ausnehmen. Gabären. Oh, da hat er richtig schöne Sachen dabei. Für so eine alte mumifizierte Leiche ist das richtig gut gewesen. Wartet mal. Seht ihr das Ding da oben? Diese vier Zacken in der Mitte, dieses Podest mit der Truhe. Das sieht so aus wie das, was ich da oben letzte Episode geplündert habe. Was ich durch die Arkane-Maschine ja erstmal aktiviert habe. Soll das etwa heißen, die Arkane-Maschine hat nicht nur eine Truhe aus dem Sand zutage befördert, sondern mehrere? Also weiß einer, ob die Truhe da oben auch, da hinter Merels Kopf, ob die Truhe da oben auch, nö, das ist doch nicht zu fassen, jetzt trink so einen verdammten Tee, das kann nicht wahr sein, hat, zu spät, eine Sekunde bevor ich den Tee getrunken habe, hat die Wüste auf Nachtbetrieb umgeschaltet. Es ist nicht zu glauben. Ich wollte was anderes fragen. Da hinten, ist diese Truhe da auch verfügbar, wenn man die Maschine noch nicht aktiviert und repariert hat? Oder hat die tatsächlich an mehreren Stellen der Wüste so eine Truhe nach oben befördert? Das würde mich sehr interessieren. Ah, da ist wohl nichts. Jetzt komme ich hier auch zum Klüngel hoch. Aber ein Dungeon ist ja nicht so wie gedacht. Habe ich eigentlich diesen Wind, äh, diesen Klüngelaltar schon aktiviert? In Berg habe ich das gemacht. Im Sumpf habe ich es auch gemacht. Und auch ins Herz habe ich es gemacht. Aber hier habe ich es noch nicht gemacht, richtig. Ist das hier? Ich glaube ja, dieses Totem. Hier ist die Spielwelt zu Ende. Da kommt man auch schon gar nicht mehr hoch. Ah, doch, das geht. Hier wechselt sogar Gras. Hart an der Grenze. Da ist so ein Scheißhammer-Hei. Moment. Ich brauche was. Und zwar etwas, was mich heilt. Etwas, was mir Mana regeneriert. Nehmen wir doch das hier. Und zauber dir einen. Und dann klappt es auch mit dem nächsten Halbmond-Hei. Da ist er. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ach, wieder den Debuff bekommen. Grat war er weg. Komm schon. Weide ihn aus. Hier. Bist du nicht? Genau. Du spürst, wie ein seltsamer Windhauch dich durchfährt. Der Witte der Region Abrasser erkennt dich an und wird deinen Befehlen gehorchen. Man gibt es gar keine Errungenschaft für alle vier Altare aktiviert zu haben. Schade. Aber mach mal den Zauber. Was macht denn der jetzt? Offenbar nichtser, den ich schon hatte. Da unten kloppen sich welche. Das können sie gerne machen. Ah, kann man hier hoch? Wohnt da einer? Es sieht bewohnt aus. Außenposten des Klüngels der Winde. Freundlich oder feindlich? Jetzt bin ich gespannt. Oh, das sieht nachfeindlich aus. Das ist doch ein Panzerschrecken. Ja, ist es auch. Ich bin nicht gegen Feuernis gebacht. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, und 1, 2, und du bist nicht mehr dran. Puh, das sieht genauso aus wie bei dem alten Eremiten in Cierso oben in der Hütte. Aber halt mit Panzerschrecken. Und mit einem riesengroßen Mausefell. Und mit alten, schimmeligen Tomaten. Ich kann die Küche benutzen. Ja, ich kann Tee kochen. Auch mal den da. Stimmt. Ich werde eine Eigengeweide verkochen. Schreckendes Chitin. Habe ich genug davon eigentlich. Aber hier noch eine Kiste. Gebetsklamour. Obsidian Großstreitkolben. Na, schwer überladen. Ich hätte gerne das gelernt. Da ist nix. Hier könnte man rasten und sich runterkühlen. Entschundhaufen in der Form gibt es hier nicht. Moment. Von dem grünen Tee habe ich noch vier. Das ist mir fast zu wenig, wenn die Nacht vorbei ist. Aber ich kann eh nur einen machen. Eine Alchemie-Station wäre jetzt interessanter fast schon. Naja. Man kann hier alles haben. Zurück in die Abrasserwüste. Und dann habe ich den Klüngel hier abgehakt. Dann kann ich aber hier aus über die Brücke gehen. In Richtung ummauerter Garten. Das wird spannend. Weil das ist nicht so uninteressant. Ich will nur noch kurz... Moment mal. Ich bin jetzt hier. Ach. Und was ist das da hinten? Der verlassene Anleger. Der ist da vorne. Weil da die Schiffswracks sind. Und das hier sieht ja aus, als ginge es da weiter. Aber da hinten ist so eine... Steinmauer. Da wird wohl die Spielwelt zu Ende sein. Aber irgendwo ist auch noch eine Kofferstation. Und ansonsten nicht viel. Ich habe gerade nichts, das mir Ausdauer gibt. So. Ich glaube, hier geht es nicht rüber. Ja. Das ist die Begranzung der Spielwelt. Okay. Plunder. Dann hätte ich mich früher über so Stolperpfeilen gefreut. Aber die Zeit ist jetzt schon sehr lange vorbei. Ich überlege im Moment beim Ausmisten des Rucksacks immer schon, ob ich überhaupt noch Eisenspott mitnehmen soll. Weil ich brauche keinen Eisenspott. Den braucht man, glaube ich, um Pfeile herzustellen. Aber das ist ja so gerade gar nicht mein Thema. Oh, da unten ist ein bisschen was. Hier oben klingelt es. Ne, wir gehen mal zum Garten. Das ist interessanter. Und dann kann ich mich hier entlang hangeln. Das wird aber in der Episode nichts mehr. Das ist jetzt schon klar. Nimm ein bisschen Wasser. Da oben waren wir. Da hinten. Ja, die Klüngeljungs, die hier gewohnt haben, die waren ja dafür verantwortlich, dass dieser Anschlag auf Elad verübt wurde. Und damit wurde ja die Leihlinie unter Abrassa letztlich verbraucht. Oder sie speist jetzt permanent den Gott Elad. Da ist irgendein Vieh, das einen Hammer erlegt hat. Ich glaube, das Vieh kenne ich so nicht. Es ist mir neu. Was kann das wohl? Keine Ahnung. Ich gebe mir mal alle Segen, die ich so habe. Und dann gebe ich mir noch einen Trank. Und ein bisschen pikante Paste. So. Und dann klappt der hoffentlich. Oh ja. Ach, das ist doch nur ein Hohenissenlord. Was? Was ballert mir nach mir? Da kann ich es da. Scheiße. Ganz umsonst gepufft. Ein Hai. Ein Wandeldorffschwarm. Die waren sich nicht grün. Ein Hornissenlord. Und noch ein Hai. Tja, dann kann ich ja fast schon... Ich will jetzt schon überladen. Scheiße. Du hältst, bitte. Da hinten ist irgendwie einer. So, und das ist ein Riese sogar. Was gefährlicher. Und wie wohl ich überladen bin, will ich gerne mal gucken, was diese Truhe da drin hat. Ah, ich will jetzt aber jetzt auch nicht schon da wieder zurücklaufen. Im, ähm, Garten gibt's ja eine Truhe. Die habe ich ja da mal gesehen, als ich da mal drin war. Da kann ich ja Dinge dazwischenlagern. Oh, ein Drachenschild. Und ein Wolfsgrusshammer. Den habe ich schon mal gefunden. Das war aber in meinen havarierten... Äh, Kämpfen gegen Sirene. Da habe ich mal irgendwann einen gefunden. Der ist dann weggegangen, weil irgendwer... meinen abgeladenen Müll in der Unterstadtpassage zusammengekehrt hat. Den Schild will ich mal näher anschauen. Was ist das? Also, lass mal alles nehmen. Schild. Tab. Der ist weniger schlagfest und deutlich weniger haltbar. Ich muss es schon gar nicht weiterlesen. Schild mit der Darstellung einer fiktiven Kreatur von großer Macht. Wie man sie auch aus dem Straßentheater und aus Kinderbüchern kennt. Ich behalte ihn aber natürlich. Ich werde ihn nicht verkaufen, weil vielleicht... ...ist er ja... ...für seltene Rezepte irgendwie die Ausgangsbasis. Und jetzt kann ich mich schon kaum noch bewegen. Mist. Wo bin ich denn jetzt wohl? Hier wahrscheinlich. Schnurstracks hin zur nächsten Kofferstation. Zur nächsten Überladung. Und der Garten kommt ja erst noch. Gaktus. Die Eisenader spare ich mir echt. Oder nein, ich hack sie weg wegen eventuellen Käfern. Und Edelsteinen. Ah, Käfer. Und hier kann ich vielleicht ein paar Sachen reintun. Oh ja. Da ist schon Schrott drin. Da pack ich noch welchen dazu. Ich packe jetzt mal echt allen Schrott dazu. Ich weiß nicht, wofür ich Schrott brauche. Brauche ich nicht. Punkt. Der Rest, naja. Salz. Kann ich auch einen neuen wegtun. Hilft nicht viel, aber ein bisschen. Das war die erste Kofferstation seit langem, die ich leichter hinterlassen habe, als ich sie betreten habe. Da unten ist ein Biestgolem. Und da ist auch schon ein Eingang. Wo ist Levant? Levant ist da. Na komm, Biesti. Also erst mal was essen. Ich hätte gerne was, was mich heilt. Mana ist auch schon wieder ein Thema, tendenziell. Ach, das sollte ich auch mal benutzen. Richtig. Naja, ist erst mal das da. Was ist das hier? Das war der Pilzleuterer, genau. Nimm das. Und dann Biestgolem. Der hat ja gar nichts drauf, glaube ich. Schluck Wasser. Und dann stürme ihn um. Oder es. Oh, wo bist denn du? Ähm, Merit? Wir wollen schon mitkämpfen hier. Hau ihr auf den Schwanz! Einen Kratzer hat er gelandet. Naja. Aber nur, weil ich meine Waffe nicht gezogen bekommen habe. Biestgolem. Da hinten wäre Levant. Da könnte ich wieder was abladen. Ich kann ja hier vorne irgendwo an einer markanten Stelle in Richtung Levant an einem Stein oder Baum so ein Lager anlegen. Das nächste Mal, wenn ich in der Stadt drin bin, dann husche ich halt nochmal raus und sammle den Kram da ein. Das ist ja vielleicht. Ich sehe dich ganz genau. Oh, scheiß Vieh. Mich! Träckst du nicht mehr aus, du wandelter Steinhaufen! So, her mit dir. Ich beschließe jetzt, dass der Baum da hinten, der nächste, dass ich da ein Lager anlege. Und ich stelle gerade fest, der Baum ist weiter weg, als ich dachte. Aber das muss sein, dieses Drackenschild, das muss ich eigentlich dabei haben. Und der ist ein Stück weit weg von Levant. Ja, das stimmt, aber das wird wohl irgendwie gehen. Und so viele Bäume gibt es da auch nicht. Was ist das da unten? Das ist auch so ein Steinmant ist. So, hier an diesem Baum. Der irgendwie überleben kann. Ich weiß nicht wie, aber er kann es. Das abladen, das abladen, das abladen. So einen Bogen abladen, das sowieso. Ähm, das und das und Schreckenshitin. Das. 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 Ach komm, Silber brauche ich auch nicht. Öl. Die haben wir jetzt. 89 immer noch. Was ist das hier? Ausdauertrank. Ähm. Na, wenn ich irgendwo rasten muss, dann bräuchte ich den ganzen Rest. Es wird hell, ich hab's gesehen. Nimm bitte ganz schnell so ein Ding hier. Und machst du ja kalt. Ja, das muss reichen. Punkt. Auf in den Garten. Der Vogel hat Glück, der weist nämlich sowieso aus. Und hier war ich einstmals schon mit Oliel. Oh ja. Das waren auch Zeiten. Da waren hier alles voller, da war hier alles voller Biestgolems. Nix drin, was ich haben will. Ich guck mir erst mal die äußeren Bereiche an. Aber hier ist es schon stark. Das sind Schwertgolems. Das ist aber alles kein Problem. Eigentlich. Ich guck mir den. Und dann hau ich euch um. Wo bist denn du? Komm her. Ey. Und Rucksack. Was hast du dabei gehabt? Wo bist du gestorben? Hier. In der Rabatte. Das ist sechs. Naja. Erstmal alles einsammeln. Abwerfen können wir später. Sieht ein bisschen aus wie ein Biergarten hier in mancher Hecke. Oh, hier ist Wasser. Oh, da ist jemand. Und das nächste Opfer. Ah, nehm ich mit. Irgendwelche schönen Ecken hier. Geht's irgendwo runter und rein? Nee, ha? Ein Garten müsste eigentlich immer überirdisch sein. Hallo, du. Du sitzt hier schon lange, stimmt's? Ich kippe, du hast Pusteln überall gehabt. Und ich kann dich nicht ausnehmen, was vielleicht auch besser so ist. Hier oben gab's noch mal so nen. Dicken. Ist das der da? Ach, so zwei. Ah, nehm ich so nen Trank lieber mal. Und das da. Ihr habt mich gesehen, ich weiß es. Aber ich euch auch. So, Nummer eins ist gleich weg von Nummer zwei, nicht irritieren lassen. Dein Herrchen ist tot. So, und du war auch. War das der Obertyp hier? Nee, oder? Vantage. Hier sieht man die Temperatur angeblich. Ist das hier am Garten etwa nicht so warm? Hier ist vertrocknetes Zeug. Der Baum verliert mehr Laub, als er eigentlich trägt. Ist auch so ne Unsitte in allen möglichen Spielen. Ob das an der Unity Engine liegt, keine Ahnung. Aber alle Spiele, die ich kenne, wo Bäume sind, die verlieren permanent in einem Maße Laub. Wo ich dann hochrechne, wenn du das 24 Stunden lang tust, dann bist du kahl. Und Bäume verlieren in 24 Stunden nicht ihr Laub. Das dauert länger. Sehr viel länger. Und Bäume verlieren auch nicht permanent Laub. Upsala, Hakenschlenker? Was ist hier draußen? Oh, hier. Fett fahren. Das ist wichtig. Haben will. Komm schon. Hier. Wächst hier noch was anderes, was ich... Ja gut, Rauchwurz. Könnte ein Käfer drin sein. Davon habe ich gerade nicht so viele. Deswegen alles wegpflücken. Das hier ist irgendwie nix. Das ist auch nix. So, hier oben. Ist nix mehr. Da hinten ist die Truhe. Die hatte ich damals, als ich hier auf der Suche nach diesem Händler war, nicht aufgemacht. Weil ich damals gerade ganz andere Probleme hatte. Hier sitzt einer. Der Obergärtner. Uh. Na ja. Das nehme ich. Das nehme ich. Den Rest, das ich lieb. Was ist für eine verzierte Truhe jetzt nicht so wahnsinnig viel gewesen. Hier gibt's Kaktusfrüchte. Hier gibt's Krimpnüsse. Mir ist warm. Mir ist warm. Weil der Tee schon wieder nicht mehr funktioniert. Der wirkt nicht wirklich lange. Und damit beantwortet sich auch meine Frage, ob mir hier in dem Garten nicht ganz so warm ist wie draußen. Die Antwort lautet nein. So. Hinterausgang. Der ist da oben rum. Keiner da. Ach, da ist der Obertyp. Er sieht zumindest so aus. Ich brauche was, was mich heilt. Ich brauche eine Marmeladenstulle. Ich brauche was für Mana. Ich brauche Buffs. Ich brauche Wasser. Und dann brauche ich einen Gegner. Für all das. An Buffs. Ey. Ach, du bist ja. Du bist ja ein Riese. Ich hau dich aber sowas von klein. Ich kitts. Ne, das war gar nicht dieser Megatyp, der hier, dieser Extra-Golem. Den kann man vielleicht nur einmal legen. Habe ich ja seinerzeit gemacht, aus Versehen. Der hat ja so einen komischen Kompassholzstab dabei. Den habe ich auch noch irgendwo. Ich glaube, in Monsune der Grappelkiste. Der ist vielleicht eine Ausgangsbasis für eine schöne Magierwaffe. Ach, du bist ja auch schon ein Riesenpriester. Mana-Stein, großer Smaragd, großer Ausdauertrank und Riesen-Heil-Hellebarde. Herr damit. Noch irgend so ein Vieh. Kaktus. Da hinten ist mein Biest-Golem von vorhin. Und hier ist nirgendwo was. Ich glaube, ich bin hier durch mit dem Garten. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Genau. Und weil ich jetzt wieder ein bisschen Beute gemacht habe, ist es, glaube ich, eine gute Idee, jetzt einen anderen Ramsch wieder einzusammeln, der am Baum liegt. Und dann das doch mal in der Wand vorbeizubringen. Dahinten ist es ja schon. Theoretisch müsste ich aber noch einmal außen rundherum. Hier gibt es noch viele verwunschene Winkel an der Mauer. Ah, komm, ich werde einmal rum. Okay. Die Episode ist noch nicht unendlich lang, aber ich mache hier mal Schluss. Ich laufe jetzt mit Meret hier einmal ums Eck. Damit ich die Außen, aber auch mal von außen gesehen habe. Und dann komme ich ungefähr da hinten dann bei meinem Baum raus. Dort sammle ich dann den ganzen Kram ein, der da liegt. Und dann schleppe ich das alles nach Levant. Und werde auch, da es ja gerade Tag ist, kurz nach Levant reinlaufen, den ganzen Kram verkaufen. Ein bisschen gucken, was ich da an Sachen aus der Tour vielleicht brauche, an Vorräten. Und dann geht's weiter nach dem, was ich jetzt gerade als Beschäunigung machen werde. Weiter von den Toren von Levant mit der nächsten Tourenplanung. Am Beginn vom nächsten Teil. Tempo und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.